Herzlich willkommen liebe Zuschauer zu einem neuen Interview auf der AktionärTV. Wir wollen heute über den DAX, über den Nasdaq 100 und über den Dow Jones sprechen, aber vor allem auch über die geopolitische Lage, die Auswirkungen der Ukraine-Krise auf die Börsen und auch die rekordhohe Inflation in den USA und mögliche Zinserhöhungen. Und der Gast, der Experte in diesem Fall ist Martin Utschneider von Donner & Reuschel. Herr Utschneider, schön, dass Sie uns per Videokonferenz zugeschaltet sind. Ich starte direkt mit meiner ersten Frage und zwar wollen wir mit der Ukraine-Krise anfangen. Die hat den DAX deutlich belastet oder auch die Märkte zuletzt deutlich belastet. Jetzt bleibt etwas Hoffnung auf eine Beruhigung der Krisensituation. Wie bewerten Sie die Auswirkungen auf den Markt? Ja, also Sie haben es gerade selber gesagt, Frau Anatsch, die Beruhigung ist da. Wir hatten gestern wirklich ein paar Schreckmomente. Wenn man es jetzt auf den DAX bezieht, haben wir die 14.980, eine ganz wichtige Support-Line gestern, Intraday, also während des Tages unterhandelt, konnten aber bei 14.818 quasi wie so ein Ping-Pong wieder nach oben zurückschnellen und haben dann im Endeffekt wieder die 14.980 zurückerobert. Also dieser Schreckmoment war da, war auch nicht so schön, aber wir haben hier wieder diese verlässlichen Marken zurückerobert und im Moment ist der DAX ja auch schon wieder deutlich über dieser 14.980. Nichtsdestotrotz bleibt er im übergeordneten Abwärtstrend. Das muss man sagen. Also wir haben hier natürlich jetzt, sage ich mal, das Schlimmste, wir haben verhindert, wir haben Schadensbegrenzung betrieben im DAX, aber die kurzfristige Abwärtsrichtung, die bleibt intakt. Die haben wir auch erst ab 15.620 so richtig hinter uns gelassen und das ist natürlich ein Nadelöhr, das im Moment im wahrsten Sinne des Wortes verstopft ist. Also für, ich sage mal, für den weiteren Verlauf der Woche, für den Rest der Woche, sie ist ja noch relativ jung, müssen wir uns auf weiterhin übergeordnete, ein weiterhin übergeordneten Abwärtstrend einstellen. Über den DAX sprechen wir dann nachher im Verlauf der Sendung auch nochmal, aber erst gehen wir auf die Inflationsrate in den USA ein. 7,5 Prozent waren Schocker an den Börsen, höher als erwartet, 40 Jahre hoch. Die Frage ist jetzt, was kommt von Seiten der US-Notenbank FED? Es wurden Zinserhöhungen angekündigt. Wir wissen nur noch nicht, wie viele, in welcher Höhe. Ja, wir wissen, ab März soll was kommen. Da findet die nächste FED-Sitzung statt. Was dürfen wir von dem Zusammentreffen der Notenbanker erwarten? Ja, also die nächste Sitzung im März, ich denke mal, da wird zum ersten Mal aus den Rohren geschossen, was die Zinserhöhungen anbelangt. Und man kann sogar davon ausgehen, dass es nicht 25, sondern 50 Basispunkte werden. Also die FED wird hier einen Schritt um 0,50 Prozent nach oben vollziehen. Das muss sie auch, denn Jerome Powell hat ja in Aussicht gestellt, dass er in diesem Jahr sieben Zinserhöhungen durchdrücken will. Also wirklich sieben Erhöhungen. Und dann würde es ihm auch leichter machen, im März schon mal zwei in einem Rutsch zu tätigen. Und man sieht im Moment hier auch, das ist absolut nötig. Sie haben es gesagt, Frau Anatsch, wir haben eine Inflation wie seit 40 Jahren nicht mehr in den USA von 7,5 Prozent. Und wir können hier definitiv nicht mehr von Realrenditen oder Renditen am Zinsmarkt sprechen, sondern das sind alles Surrealrenditen, also Negativrenditen. Selbst wenn die FED es heuer durchbringt, bis auf 1,5 Prozent die Zinsen anzuheben, dann haben wir bei der gegenwärtigen Inflation immer noch eine Negativrendite, eine Geldentwertung von 6 Prozent per anno. Schauen wir mal in die Eurozone. Die EZB war noch zurückhaltend, was das Thema Leitzins anging. Christine Lagarde sagte, dass der Leitzins vorerst nicht angehoben wird, aber sie hat sich auch offen gehalten, den Leitzins im Laufe des Jahres zu erhöhen, wenn es nötig werden sollte. Sehen Sie eine Anhebung des Leitzinses in der Eurozone? Also ich würde mich nie in die Angelegenheit von Christine Lagarde einmischen und sagen, hey, ich sehe da was. Aber man muss, also es war jetzt ironisch, man muss natürlich hier mittlerweile, der Druck ist so hoch bezüglich dieser Dame seitens der Bankenindustrie und der Bankenbranche und auch der Inflationsdaten. Sie kann jetzt nicht mehr umher. Sie hat wohl auch mittlerweile endlich erkannt, dass diese Inflation nicht saisonal oder temporär hier nur auftritt, sondern wir haben eine Inflation jetzt in Europa von 5 Prozent, wir haben einen Nullzins, wir haben hier Geldentwertung von 5 Prozent per anno. Also rein rechnerisch wäre in 20 Jahren dann das Geld entwertet. Sie muss was tun, sie wird was tun. Ob sie es heuer schon macht, hängt natürlich auch mit dem Anleihen-Rückkauf-Programm zusammen. Erst das muss sie beenden. Ich gehe davon aus, und das sieht man auch im Chart der Renditen, den wir nachher noch auflegen werden, das, was zumindest Anfang nächstes Jahr kommen wird. Das Schöne ist, dass sie jetzt mittlerweile schon zwischen den Zeilen gesprochen hat. Und das natürlich Hoffnung für viele Kleinanleger, für Sparer, aber auch für die Bankenbranche gibt, dass jetzt endlich hier ein Schritt nach oben kommen wird. Herr Uth-Schneider, Sie haben uns gerade schon kleine Einblicke über den DAX gegeben. Wir haben jetzt auch einen Chart. Der DAX hatte ja einen wirklich schwachen Wochenauftakt. Zeitweise ist sogar die Marke von 15.000 Punkten gerissen. Am Dienstagvormittag kletterte der DAX dann wieder über die Marke von 15.300 Punkten. Wie geht es jetzt weiter? Das werden wir wüssten, wir Zweige. Aber ja, es ist das, was ich vorher eingangs schon so oberflächlich ein bisschen versucht habe zu erklären. Es ist ein, ja, wir haben das Schlimmste verhindert, wir haben Schadensbegrenzung betrieben. Trotzdem ist der Trend, der Chart-technische Trend, man sieht es auch ganz gut am Chart, immer noch intakt. Wir haben hier, wenn man es mit dem Fußballverein vergleichen will. Wir haben hier im Abstiegskampf jetzt ein Spiel gewonnen, sind aber immer noch im Abwärtsstrudel. Man kann es ganz gut vergleichen mit so einem Verein, der ja nicht, sag ich mal, kämpft hier. Und genauso sehen wir das im DAX. Die Indikatoren sind negativ. Wir haben hier ein Verkaufssignal vom Trendfolgeindikator und wir haben ein hohes Volumen. Das heißt, der übergeordnete Trend wird von einem hohen Handelsvolumen begleitet. Und deswegen bleibt dieser, wie man hier sieht, dieser rot gestrichelte Trend, erstmal intakt. Ein Überhandel der 15.620. Hier verläuft die obere Linie dieses Abwärtstrends. Hier verlaufen, ja, 200-Tage-Linie, 100-Tage-Linie und 38-Tage-Linie auf diesem Niveau. Es verlaufen hier Fibonacci-Lienen und, und, und. Also wir haben hier wirklich ein Nadelöhr mit diesen 15.620. Da wird sich der DAX erstmal abarbeiten müssen. Da wird er sich vielleicht auch die Zähne ausbeißen. Und solange wir nicht 15.620 plus x haben, bleiben wir in der übergeordneten Abwärtsbewegung. Die Volatilität bleibt hoch, das Volumen bleibt hoch und auch die Nervosität und auch die Unsicherheit bleibt bis dahin sehr, sehr hoch. Trifft das auch auf den Dow Jones zu? Was sind da Ihre Prognosen? Ja, der Dow Jones, der ist ein bisschen ruhiger. Also der Dow Jones ist wie so, ja, so ein übergeordneter Sägezahn-Seitwärtsmarkt. Man sieht es auch hier ganz gut. Wir haben hier keine so extreme Abwärtsbewegung wie beim DAX. Zuletzt natürlich wieder, aber übergeordnet haben wir den Dow Jones in einer Seitwärtsbewegung. Er hat auch den Support bei 34.000 ganz gut gehalten, hält sich da auch sehr wacker und hat natürlich jetzt nach oben auch bei 35.800, also knapp 36.000 einen gewissen Deckel. Aber so massiv eine Bewegung wie bei anderen Indizes, beispielsweise dem DAX, sehen wir hier beim Dow Jones nicht. Und wir sehen hier sogar eine gewisse Divergenz zu anderen US-Leitindizes, die durchaus schwächer tendieren im Moment. Also Dow Jones seitwärts, prinzipiell seitwärts. Keine so große Abrutschgefahr wie jetzt beispielsweise beim vorher besprochenen DAX 40. Der Nasdaq 100 stand zuletzt ja deutlich unter Druck. Wie könnte es jetzt weitergehen für den Technologieindex? Ja, auch der Nasdaq 100, ich hatte vorher schon das Wort Divergenz in den Mund genommen. Wenn wir jetzt den Nasdaq 100, wenn wir den vergleichen mit dem Dow Jones, also quasi sein Pendant in den USA, dann ist das natürlich ein Chartbild. Das könnte divergenter fast nicht sein. Ich sage fast nicht. Abwärtstrend, intakte Abwärtsdynamik hier auch, negative Markttechnik, also seitens der Indikatoren auch hier bestenfalls auch wie beim DAX das Schlimmste verhindert. Beim Nasdaq ist eine wichtige Marke die 14.047. Das ist eine Fibonacci-Linie, die sehen wir hier auch ganz gut. Hier wurde erst einmal, sage ich einmal, das Schlimmste verhindert. Nichtsdestotrotz ist der Nasdaq auch nach wie vor abwärts gerichtet, nach wie vor mit negativen Sentiment ausgestattet. Und auch hier gilt erst einmal lieber der Blick nach unten als jetzt vielleicht der überschwängliche Blick nach oben. Denn auch hier wartet eine Reihe an Widerständen beim Nasdaq. Und wir müssen uns hier erst einmal, sage ich einmal, den Boden nachhaltig finden, den Boden nachhaltig schaffen, damit wir wieder von tendenziell weiter steigenden Kursen sprechen können. Herr Utschneider, vielen Dank. Sie haben uns jetzt einiges gesagt. Wichtige Chartmarken bei den großen Indizes. Was machen Anleger mit diesen Infos? Wie stellen die sich in Sachen Geldanlage jetzt gut auf? Ja, also ganz wichtig ist mal, man sieht es auch an den Renditecharts im Moment. Die Renditen gehen nach oben. Das heißt, die Zinsen werden steigen. Da sollte man aber jetzt nicht zu viel erwarten von der Zinsseite. Also wenn man jetzt das Sparbuch wieder rauskramt und sagt, hey, ab nächstes Jahr gibt es Zinsen. Vielleicht gibt es dann einen Nominalzins von 0,25. Der Realzins allerdings ist natürlich Inflation minus Nominalzins. Also wir bewegen uns hier im Bereich minus 5, minus 4,75 Prozent. Zu lange sollte man aber auch nicht im Zinsmarkt anlegen. Denn je länger die Laufzeit ist, umso unbequemer wird es bei Zinserhöhungen. Und diese Zinserhöhungen stehen im Raum. Die Zinserhöhungen werden kommen. Das heißt, für die jetzige Situation, Aktien sind unabdingbar. Kann man jetzt sagen, wenn die Zinserhöhung kommt, dann werden doch Aktien uninteressant. Aber genau das habe ich versucht vorhin auch darzulegen. Die Zinserhöhungen, die kommen, sind der Tropfen auf dem heißen Stein. Die Aktien sind weiterhin in Anführungsstrichen alternativlos. Aktien sind also die Basis eines gut strukturierten Portfolios. Aber auch Gold. Gold hat eine Renaissance. Gold ist wieder da. Gold ist im Aufwärtstrend und Gold ist auf dem Weg Richtung 2000. Zum einen als strategische Beimischung. Jetzt auch als operativer Kauf durchaus interessant. Bei Silber würde ich noch ein bisschen abwarten, bis die Kurse sich über 25 wirklich stabilisiert haben. Interessant werden auch, sage ich mal, wenn man sich indexmäßig den Stocks 600 Banks anschaut. Ich will jetzt keine spezielle Bankaktie empfehlen, aber auch der Stocks 600 Banks, dieser Bankindex für die europäischen Aktien, ist in einem wirklich intakten Aufwärtstrend. Und hier sieht man auch schon die Hoffnung und hier auch wirklich das Licht am Horizont. Banken werden von Zinserhöhungen profitieren. Also auch hier ein interessanter Beimischungsaspekt, wo ich weiterhin weder abrate noch zurate. Das sind die Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin, Ethereum oder zuletzt auch Ripple. Da bleibt es bei einer weiteren hohen Volatilität. Kryptos möchte ich nicht schlecht reden, aber man sollte auch hier wirklich ganz klar mit Stops arbeiten. Das Fundament einer gut fundierten, längerfristigen Anlage bleiben Aktien, bleiben Renten im Moment mit geringer Duration, geringer Restlaufzeit und bleiben Edelmetalle. Dann ist man on the long run langfristig sehr gut aufgestellt. Martin Utschneider, vielen herzlichen Dank. Ich sage Danke und schöne Grüße nach Frankfurt. Liebe Zuschauer, auch Ihnen vielen herzlichen Dank für Ihr Interesse an dem Interview auf der Aktionär TV und bis bald.